Wie kann man zwischen Lachgasquellen im Boden unterscheiden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber zunächst mal gibt es ja ganz viele verschiedene Prozesse, die zur Lachgasentwicklung im Boden führen. Und die finden gleichzeitig statt in diesem heterogenen Bodengefüge. Und wenn wir jetzt wissen wollen, war es die Nitrifikation, war es die Denitrifikation, war es irgendwas anderes, können wir verschiedene Dinge machen. Wir können zunächst mal Hemmstoffe nutzen, das hat man lange gemacht. Vorteile sind, die sind leicht zu verwenden, die sind kostengünstig und man hat eine einfache Möglichkeit. Das Problem dabei ist, sie funktionieren einfach nicht. Die Hemmung ist oft unvollständig, dann bekommen wir doch ein bisschen was von dem Prozess rein, den wir eigentlich hemmen wollten. Und sie haben Nebenwirkungen auf andere Prozesse, die eigentlich gar nicht beeinflusst werden sollten durch den Hemmstoff. Funktioniert also nicht. Dann gibt es andere Möglichkeiten, das sind vor allen Dingen molekulare Methoden. Das heißt, wir schauen, welche Gene, welche Enzyme sind eigentlich da, welche sind aktiv. Und dann gibt es die Möglichkeit, das mit stabilen Isotopen zu machen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Lachgas besteht aus Stickstoff und Sauerstoff und sowohl Stickstoffatome als auch Sauerstoffatome haben stabile Isotope. Beim Stickstoff ist es N14 und N15, beim Sauerstoff O16 und O18. Und jeweils das hier rot markierte N15 und O18 sind die sogenannten schweren Isotope. Und diese Isotope kann man jetzt beim Lachgas unterschiedlich zusammenstellen. Entweder man nimmt nur die leichten Isotope, sowohl vom Stickstoff als auch vom Sauerstoff. Dann hat man die Masse 44. Also N14 zweimal und O16 gibt zusammen 44. Oder man hat die Masse 45, dann hat man einmal den schweren Stickstoff da drin, aber der andere ist leicht und das Sauerstoffatom ist auch O16. Oder man hat entweder zweimal den schwereren Stickstoff oder einmal den schwereren Sauerstoff, dann ist man bei der Masse 46. Bei der Masse 45 gibt es eine Besonderheit, das sehen wir hier schon. Da gibt es nämlich zwei sogenannte Isotopomere. Das bedeutet, das schwerere Stickstoffatom, Stickstoffisotop, kann entweder an der Stelle direkt neben dem Sauerstoff sein oder es ist eins weiter weg, sozusagen am Ende des Moleküls. Und diesen unterschiedlichen Ort, das können wir auch wieder messen. Wir sprechen von der Alpha- oder Beta-Position des schwereren Stickstoffisotops und wir messen die sogenannte Ortspräferenz. Und da messen wir also, ob dieser Stickstoff direkt neben dem Sauerstoff ist oder ob er weiter weg ist. Und das unterscheiden wir. Also wir haben da Isotope, aber wir haben auch die Isotopomere, die wir messen können beim Lachgas. Und wenn wir uns jetzt die Prozesse der Lachgasbildung anschauen, dann unterscheiden die sich in den Quellen vom Stickstoff und vom Sauerstoff, aber dann auch in den Enzymen. Wir können zum Beispiel vom organischen Stickstoff ausgehen. Da gibt es die Heterotrophenitrifikation, die eben Lachgas als Nebenprodukt haben kann. Wir können aber auch den organischen Stickstoff erst über Ammonium, Ammoniak mineralisieren und dann nitrifizieren in der Autotrophenitrifikation, wo auch wieder Lachgas als Nebenprodukt entstehen kann. Das Nitrit kann weiter zum Nitrat umgesetzt werden und das Nitrat und auch das Nitrit können denitrifiziert werden, sodass wir da dann auch wieder Lachgas als Zwischenprodukt haben. Und wir können die Nitrifizierer-Denitrifikation haben, wo Ammonium oder Ammoniak eigentlich Ausgangsstoff ist, das über das Nitrit dann zum Lachgas umgesetzt wird. Dann kann Nitrit mit organischem Stickstoff in der Ko-Denitrifikation umgesetzt werden, auch wieder zu Lachgas. Und wir haben die DNRA, dissimulatorische Nitratreduktion zu Ammoniak und da auch wieder Lachgas als Zwischenprodukt. Ausgehend vom Nitrat, wie bei der Denitrifikation, aber andere Enzyme, sodass wir auch da unterscheiden können. Und für die Isotope auch wichtig, Lachgas kann umgesetzt werden, weiter reduziert werden zum N2 und dadurch verändert sich wieder die Signatur, die Zusammenstellung der Isotope im Lachgas. Wir können jetzt die natürlichen Häufigkeiten nutzen, also einfach messen, was da ist, was im Boden entsteht. Und da kommt uns zugute, dass wir unterschiedliche Substrate haben, sowohl für Stickstoff, wie gerade gesehen, aber auch für Sauerstoff. Das kann Sauerstoff aus dem Nitrit oder Nitrat sein, das kann Sauerstoff aus dem Boden sein oder es kann Sauerstoff von Wasser, Bodenwasser sein. Auch das ist möglich. Wir haben unterschiedliche Enzyme und die machen eine jeweils unterschiedliche Fraktionierung, unterscheiden also unterschiedlich zwischen dem Stickstoff- und Sauerstoffisotop, je nachdem wie viel von dem schwereren Isotop sie sozusagen mitnehmen, durchlassen. Und wir haben die Unterschiede in der Ortspräferenz von Lachgas, die wir auch messen können. Und wenn wir das alles gemessen haben, können wir das grafisch darstellen. Und diese grafische Darstellung hilft uns eben bei der Unterscheidung der Quellen. Wir können zum Beispiel, wie in diesem Fall jetzt hier, die Site-Preference, also die Ortspräferenz vom Stickstoff gegen den Delta-18O-Wert, den Isotopenwert von Sauerstoff, auftragen. Was diese bunten Kästchen sind, das sind die jeweiligen Eckwerte, die wir für die puren Prozesse haben. Also wenn jetzt etwas nur durch die Nitrifikation gemacht würde, wenn nur dadurch das Lachgas hergestellt würde, dann wären wir genau in dem blauen Kästchen oben. Und so eben für die anderen Prozesse auch. Und dann können wir schauen, was passieren würde, wenn beides gemischt würde. Wenn zum Beispiel die bakterielle Denitrifikation mit der Nitrifikation gemischt würde, dann wären wir auf dieser Mischungslinie. Und wenn da noch Reduktion von Lachgas dazukommt, dann sind wir auf den Linien, die etwas tiefer unten weggehen und können das eben auch mit berücksichtigen. Bei den Punkten, die hier jetzt eingetragen sind, sehen wir, die sind im Prinzip auf solch einer Mischungslinie zwischen bakterieller Denitrifikation, Nitrifizierer Denitrifikation und der pilzlichen Denitrifikation. Aber es muss auch eine Reduktion stattgefunden haben. Die Methode ist weiterentwickelt worden und wird mittlerweile im 3D-Raum genutzt. Dieser 3D-Raum wird sozusagen aufgestellt durch die Ortspräferenz, die 18O-Isotope und die 15N-Isotope. Und das ist hier jetzt nochmal in 2D dargestellt, also Delta 15N gegen Delta 18O auf der ersten, dann die Ortspräferenz gegen Delta 18O und die Ortspräferenz gegen Delta 15N. jeweils wieder mit unseren sogenannten Endmembern, also den Kästchen für die einzelnen Prozesse. Und dann kann man das Ganze ausrechnen, welche Prozesse hier eine Rolle spielen. Dafür gibt es mittlerweile auch ein Programm, ein Tool, Frame, was einem hilft bei der Auswertung, was frei verfügbar ist. Und wo man dann zum Beispiel auch solche Abbildungen bekommt, die zeigen, wie viel, welcher Anteil ist jetzt durch welchen Prozess gemacht. Wenn Sie gut aufgepasst haben, haben Sie schon gemerkt, nicht alle Prozesse sind hier mit drin. Es taucht nicht alles wieder auf, was wir uns vorhin schon angeschaut haben. Und das ist auch bei den anderen Methoden, die wir haben, so. Es wird also immer nur ein Teil angeschaut. Welche Methoden gibt es noch? Das sind die Tracer-Methoden. Hier möchte ich zwei verschiedene vorstellen. Das ist einmal das 15N-Tracing und die Doppel-Isotopen-Methode oder Dual-Isotope-Method. Wie funktioniert das? Fangen wir an mit dem 15N-Tracing. Hier werden verschiedene Isotope zugesetzt, zugefügt. Das sind in diesem Fall 15N-markierte Isotope, 15N-Amonium im Ammoniumnitrat, 15N-Nitrat im Ammoniumnitrat oder doppelt markiertes 15N-Amonium, 15N-Nitrat. Und das Ganze wird inkubiert mit diesen Isotopen. Dann haben wir die Doppel-Isotopen-Methode. Funktioniert etwas anders. Wir haben auch wieder diese 15N-markierten Isotope, aber wir fügen auch 18O zu. Deshalb Doppel-Isotopen-Methode, also 15N und 18O, wird verändert in verschiedenen Inkubationen auch wieder. Das Ganze inkubiert. Wir messen Lachgas und seine Isotope. Dann können wir unterschiedliche Dinge auseinanderhalten mit den unterschiedlichen Methoden. Bei dem 15N-Tracing ist es die Autotrophe und die Heterotrophe-Nitrifikation, die Denitrifikation und die Co-Denitrifikation. Und bei der Doppel-Isotopen-Methode ist die Nitrifizierer-Denitrifikation mit bei. Wir können also die Autotrophe-Nitrifikation, Nitrifizierer-Denitrifikation und die Denitrifikation unterscheiden. Wenn Prozesse dieselben Substrate nutzen, haben wir Schwierigkeiten mit der Unterscheidung. Es gibt also keine Methode, weder mit Zufügen von Tracern noch mit natürlichen Häufigkeiten, die alle bekannten Lachgasquellen unterscheiden können. Bei allen Methoden ist auch die Reduktion zu molekularem Stickstoff wichtig. Wir haben das bei den natürlichen Häufigkeiten gesehen. Bei den Tracing-Methoden kann man das auch noch quantifizieren. Wir können auch zum Beispiel gelabeltes Lachgas zugeben und schauen, wie wird das umgesetzt zu N2. Oder wir können mit Helium spülen und dann eben schauen, was da passiert, wie viel N2 entsteht. Helium spülen ist wichtig, weil wir eben so viel N2 im Hintergrund schon haben. Das müssen wir erst reduzieren. Also da müssen wir erst eine Heliumatmosphäre quasi schaffen, um das N2 messen zu können. Und dann können wir die N2-Bildungen quantifizieren, entweder eben mit natürlichen Häufigkeiten oder mit den Tracern. Und wir können aber sehr einfach die Lachgasflüsse messen. Wir wissen also, wie viel kommt aus einem bestimmten Boden. Das ist Routine. Die Unterscheidung der Quellen, haben wir gesehen, ist möglich, aber ist ein bisschen schwieriger. Und der nächste Schritt, den wir gehen in der Forschung, ist diese Unterscheidung, die bisher in Inkubationen im Labor, in Gefäßen möglich war, die jetzt auch nach draußen zu bringen, sodass wir echte Bedingungen im Feld haben. Und dann in Zukunft hoffentlich auch unter diesen ganz natürlichen Bedingungen mit Tracern oder mit natürlichen Häufigkeiten unterscheiden können, was sind die Lachgasquellen, die an diesem Standort wichtig sind und dazu führen, dass Lachgas aus dem Boden kommt. Und dann in der Zeit, den wir gehen in der Zeit, die wir gehen in der Zeit, die wir gehen in der Zeit,